Ich heiße Dirk Nasterla, ich komme aus Hoyerswerda, ein Ort in der Oberlausitz. Dieser Ort gehört zur Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, die östlichste Landeskirche in der IKD. Und als Gemeindeglied in der Johanniskirchengemeinde in Hoyerswerda engagiere ich mich insbesondere für sorbische Angelegenheiten. Ich lebe mit einer Frau zusammen und unsere Familie stammt aus einer sorbischen Familie. Ich habe den Namen meiner Frau übernommen, Nasterla heißt von Weitem. Und da gehe ich drin auf mit der Familie, mit unseren Menschen vor Ort. Dort setze ich mich auch innerhalb der Kommunalpolitik ein, als Stadtrat in Hoyerswerda, aber auch als Kreisrat in Bautzen, wozu Hoyerswerda mittlerweile als kreisangehörige Stadt gehört. Und da lässt sich wunderbar eben Religion, Kirche, Politik miteinander verbinden, Werte vermitteln, Menschen begeistern.